Bevor das Video losgeht, möchte ich noch erwähnen, dass zwei Dritte meiner Zuschauer noch keine Abonnenten sind. Also wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst einfach mal ein Like und ein Abo da und jetzt geht's los mit dem Video. Willkommen zurück zu Spaceflight Simulator. Heute werden wir zum ersten Mal auf dem Mond landen. Und zwar mit dieser kleinen Sonde hier, ja, mit der Atlantis 3 V2 werden wir das Ganze machen. Wir werden damit zur Mikroraumstation fliegen, dann mit diesem großen Tank hier die Tanks wieder auffüllen und dann das auf den Mond bringen. Ich werde dann nach der Folge nach einem guten Platz suchen für eine Basis und danach würde ich erstmal wieder weg vom Mond und eine Raumstation bauen, aber damit wir das schon mal geschafft haben, mache ich das jetzt noch als erstes. So, da heben wir auch schon ab. Und das Gewicht ist übrigens ein bisschen mehr als 60 Tonnen schwer, also ein bisschen mehr als das, was die Rakete eigentlich erlaubt, aber wir werden ja nicht in eine Höhe von 200 Kilometern fliegen, sondern nur in eine Höhe von 50. so erlaubt es uns dann natürlich ein bisschen mehr Last mitzunehmen. Kilometern fliegen. 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 So, 10% Treibstoff haben wir noch, dann wechseln wir mal schnell rüber. Und dann. Da sind wir auch schon im Weltraum, entfernen die Hülle, ist einfach unnötiges Gewicht. Und die Musik setzt direkt wieder ein, sobald wir aus der Atmosphäre raus sind. Und die Musik setzt direkt wieder ein, sobald wir aus der Atmosphäre raus sind. Da ist der schwache Erdorbit, gehen wieder zurück zur ersten Stufe. Und die Musik hört natürlich auch direkt wieder auf. Und dann segeln wir jetzt langsam, naja, nicht langsam, ziemlich schnell, aber auch ziemlich sicher durch die Atmosphäre. Immerhin haben wir noch 10% Tragstoff übrig, das ist mehr als genug. 10km zünden die Düsen, so lange bis unsere Geschwindigkeit knapp 350 eigentlich erreicht, aber ich habe ein bisschen länger gezündet. Schub machen wir mal so auf 20 und zünden die Düsen erneut. Ich hätte 15 nehmen sollen. Habe ich auch, glaube ich, in der letzten Folge. Das war ein bisschen erschrocken. Der Boden kam auf einmal so schnell auf mich zu und wollte natürlich nicht abstürzen. Und da sind wir gelandet. 9,5% Treibstoff. Sehr schön. Kein bisschen Verschwendung. Dann setzen wir das hier mal als Ziel. Fokussieren hier mal drauf. So, das könnte jeden Moment soweit sein. Und jetzt. Ich trenne mich schon mal. So, den Rest machen wir mit den RCS Düsen. Okay. Warum auch immer. Wir entfernen uns wieder. Jetzt aber, oder? Ähm. Ich weiß nicht, ist das so geplant? Ja, ich glaube, das ist so geplant. So, wir sind natürlich ziemlich schnell, deshalb drehe ich mich schon mal vorher ein bisschen. Nämlich nach da, nach rechts oben. Ja. 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 Vielen Dank. Wunderschön, wir haben angedockt, dann füllen wir mal jetzt die ganzen Tanks auf. Oh nein, 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 ich konnte es noch retten, alles gut. So, da wären wir alles voll. Äh, nein, so rum. Ist ein bisschen viel Treibstoff für die zweite Stufe. Dann speichere ich nochmal kurz eins und docken dann wieder ab. Hoch, das war in die falsche Richtung. Egal, wir haben ein bisschen Treibstoff verschwendet. Damit sind wir auf jeden Fall ein bisschen leichter. Ich würde sowieso ein bisschen, bisschen mehr diesmal verlangsamen, weil wir mehr Treibstoff haben. Haben wir natürlich mehr Gewicht und müssen mehr auch wieder zurück zur Erde bringen. Deshalb würde ich so 1450 anpeilen. So, den Tank koppeln wir ab. Wir werden ihn nicht zurückbringen. Und dann segeln wir wieder durch die Atmosphäre. Das hier können wir mal beenden, wieder sicher zurück zur Erde, äh, zurückgekehrt. Wir haben noch 21 Prozent, das ist, äh, naja, viel zu viel. Ich glaube, ich muss doch noch den Schub ein bisschen hochschrauben, sagen wir mal so 60. Na los, da, 60. So, fünf Kilometer, wir bereiten uns vor. So, drei Kilometer, jetzt mache ich auch langsam die Erzählstüsen hier an. Wir sind ziemlich schnell drauf. Für die zweite Stufe ist das viel zu schnell. Zünden die Düsen. Wir werden kaum langsamer. Ich muss wirklich auf 100 Prozent gehen. Ja, das reicht nicht mal. Ja, wir haben es trotzdem geschafft. Vielleicht ein Landebein verloren, aber, äh, ein Landebein und eine Düse. Aber ich würde jetzt nicht sagen, das ist so dramatisch. Wir hatten halt viel zu viel Treibstoff. Wir haben immer noch 16 Prozent. Ich glaube, ich hätte die beiden seitlichen Tanks sparen können, aber lassen wir. So, nochmal eins überschreiben. Bisher ist ja alles gut gegangen. So, Mond als Ziel setzen und einmal drehen. Ein bisschen zu weit gedreht. So. 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 so den schuppen bisschen verringern 19,6 nochmal speichern 19,6 nochmal speichern 19,6 nochmal speichern 19,6 nochmal speichern und da sind wir in einem schönen Orbit haben noch ein bisschen Treibstoff übrig das fülle ich hier nochmal dann docken wir ab ich aktiviere die Düse und einmal umdrehen 250 Meter pro Sekunde peichern 10 Kilometer runter bis auf 100, 150 ich glaube 100 ja machen wir 100 hier scheint es schon direkt eine flache Fläche zu geben naja nicht ganz flach aber das hier ist schön da will ich mal landen müssen wir natürlich ein bisschen abpassen jetzt so jetzt vielleicht vielleicht sogar zu spät naja viel zu spät ich lande stattdessen im Krater ich will einmal darüber gucken was da ist nur kurz so jetzt wieder in die andere Richtung so jetzt nochmal dann warten wir kurz bis wir hier landen können ja ist ein schöner gerader Platz ich glaube ich brauche gar nicht mehr suchen gehen direkt gefunden da sind wir auf dem Mond haben eine schöne glatte große Fläche gefunden direkt neben einem riesen Krater ich würde sagen da suchen wir auch nicht weiter das ist eine schöne Fläche das lassen wir so lassen wir hier stehen machen die Düse aus nochmal speichern und ich würde sagen die Raumstation die bringe ich jetzt erstmal nicht zurück also nicht hier in der Folge sondern danach weil die Folge jetzt auch schon 20 Minuten lang ist das ist eine Zumutung für euch deshalb würde ich jetzt sagen wenn es euch gefallen hat lasst ein Like da und ein Abo um nichts mehr zu verpassen wir sehen uns dann im nächsten Video wieder Tschüss Musik 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 Musik